Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin bei 27.300 US-Dollar. Es sieht wirklich nicht gut aus. Wir haben nochmal ordentlich Abverkaufsdruck reinbekommen. Wie es um die Positionen, die wir ja vor ein, zwei Tagen noch geöffnet hatten, jetzt mittlerweile steht, also um unsere Short und unsere Long, um unmögliche Nachkaufspunkte bei Ethereum, das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Video anschauen. Außerdem, wie können wir uns gegebenenfalls noch am Wochenende positionieren. Auch da blicken wir natürlich drauf und auch mal auf die größeren Timeframes. Doch bevor wir starten, wie immer, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinkommt. Wenn ihr Bock habt auf Updates, Chart-Analysen oder sonstiges oder auch Signale, kommt da gerne rein. Gestern unser kleiner Long-Trade bei Gold, leider auf Stop-Loss-Entry, habe ich den dann wieder geschlossen, weil mir nicht die erwünschte Reaktion kam, beziehungsweise kam sie, aber um zwei Dollar leider nicht den Take-Profit ausgelöst. So ist es manchmal, deswegen gehen wir jetzt direkt rein in die Chart-Analyse und momentan, wie gesagt, Bitcoin bei 27.300 US-Dollar. Ihr seht hier schon deutlich diesen Abverkauf, den wir hier gestern nochmal reinbekommen haben. Wir hatten eine Konsolidierung in dem Bereich der 27.900 bis 28.200 US-Dollar. Hat leider nicht dafür gesorgt, dass wir hier einen neuen Impuls nach oben hinbekommen. Ich habe es ja gestern schon dazu gesagt, dass ich eher momentan ein bisschen bearish bin, dass ich eher auf einen bearishen Retest warte. Bisher leider keine wirkliche Gegenreaktion, auch von der Newslage kam jetzt nichts wirklich prickelndes mehr. Und ihr seht hier, wir haben ein tieferes Tief hier auf den kleineren Timeframes erst einmal gebildet. Um das nochmal ein bisschen gegenzuchecken, schauen wir uns hier nochmal ganz kurz den Binance-Chart an. Ihr wisst ja, Binance ist immer ein bisschen mehr mit Liquidität versorgt, deswegen blicken wir hier immer gerne mal auf den Binance-Chart, um sich hier zumindest mal den Daily-Timeframe anzugucken, wenn ich den jetzt gerade auf die Schnelle finde oder ob ich mich... Ah ja, genau, hier, so. Dann gehen wir in den Tagesschart mal rein, schauen uns das Ganze hier an. Also ihr seht auch hier, der Daily-Close war jetzt nicht wirklich sonderlich bullisch. Wir haben die Tiefs hier drüben oder beziehungsweise die letzten Hochs hier erst einmal rausgenommen. Das heißt, wir haben auf jeden Fall den Abtrend erst einmal durchbrochen. Kein gutes Zeichen. Jetzt, was ich mir eben sehr, sehr gut vorstellen könnte, das war eigentlich so ein bisschen der Plan von gestern schon, dass wir hier wirklich nochmal einen bearishen Retest jetzt erst einmal dann bekommen. Das heißt, wir nehmen uns hier jetzt gerade mal kurz das FIP-Level von unserem, ich sage jetzt mal High, bis zu unserem jetzigen Low, würde hier oben bei ungefähr 29.000, wo das 0,5er ist, oder 29.600 US-Dollar eben dieser bearishen Retest meines Erachtens nach stattfinden. Das heißt, wir könnten uns jetzt über das Wochenende erholen, dann den bearishen Retest, dann hätten wir auch hier gleichzeitig noch ein kleines Head-and-Shoulders-Chart-Pattern und dann wirklich Abfahrt in Richtung 24.000 oder 25.000 US-Dollar. Wir schauen jetzt einfach mal, ihr wisst, ich bin kein Pattern-Freund, und ich kann es echt immer nur betonen, wir schauen uns einfach mal grob das Preisziel an. Sollten wir hier wirklich dieses Head-and-Shoulders zusammenbilden, dann würden wir hier unten genau im Golden Pocket bei eben 24.000 US-Dollar landen. Also als Richtwert ist es vielleicht nicht verkehrt, und ich glaube weiterhin, dass das so ungefähr die Marke ist, eben die 24.000, 25.000 US-Dollar, die auf jeden Fall gehalten werden müssen, um den Bull-Case zu bewahren. Wir haben aber, und das ist auch noch wichtig zu sehen, auf dem Weekly natürlich, da haben wir auch schon des Öfteren mal drüber gesprochen, ich mache das hier nochmal ein bisschen deutlicher, dass wir hier so eine riesige Vector-Candle haben, also das heißt einen riesigen Impuls damals, und seitdem ging das Volumen auch deutlich, deutlich nach unten. Das heißt, wir haben hier oben keine wirkliche Kaufkraft mehr bekommen, hier oben in dieser Weekly-Supply-Zone, in diesem wichtigen, also wirklich wichtigen Widerstand hier oben, haben wir keine Power mehr reinbekommen, und jetzt sieht es erstmal so aus, als ob wir eine bearish-Woche abschließen, die dann hier mit dem Retest nächste Woche dann möglicherweise wirklich zu diesen Head-and-Shoulders-Chart-Pattern führen würde, und dann eben hier in dieser Weekly-Vector-Candle, dass wir hier einfach zumindest die Liquidität bis zum Golden Pocket rausnehmen, und dann versuchen, mit frischer Liquidität eben, diesen Breakout über 32.400 US-Dollar zu schaffen, weil die 32.400 US-Dollar-Marke ist weiterhin die Marke, die wir längerfristig nach oben hin durchbrechen müssen. Ja, kurzfristig würde ich jetzt erstmal sagen, momentan, meine Long ist zu, meine Short-Position ist zu, die Short-Position hat halt die Verluste, die minimalen Verluste noch von der Long-Position, die ja schon drei Take-Profits erreicht hatte, dann noch ein bisschen ausgeglichen, also wir sind Plus, Minus, Null hier mindestens rausgekommen, also mehr im Plus auf jeden Fall durch die anderen Profite als im Minus, aber ich sehe momentan ganz ehrlich erst einmal keine Einstiege, mir gefällt hier diese ganze Struktur nicht, wir haben Wochenende, wo sowieso das Volumen rausgeht, und man sieht es auch hier unten, ich weiß nicht, ob ihr seht, so, hier, wir hatten die letzten Tage über überhaupt kein wirkliches Handelsvolumen mehr drinnen, natürlich, der RSI deutlich überverkauft, aber ihr dürft nicht, weil ich es gestern auch schon teilweise gelesen habe, ja, der RSI ist doch überverkauft, der RSI ist nur ein Indikator von vielen, und der RSI ist immer so ein bisschen der Lagging-Indikator, der ist uralt und auf natürlich Finanzmärkte abgestimmt wurde, dann die Kryptobranche wird übernommen, also den als einzelnen Indikator bitte nicht nehmen. Dann schauen wir mal ganz kurz auf den 1-Stunden-Timefilm, wie sieht es denn da aus, keinerlei Bullish Divergence, also keine neuen Lows gebildet, kein Higher-Low auch im RSI, also gefällt mir auch hier technisch gesehen über überhaupt nicht momentan, deswegen denke ich mal, die nächste Haltestelle ist einfach momentan, der nächste Support bei 26.630, also hier an diesem Bereich, das würde dann auch das 0.382 Fibonacci Retracement Level bedeuten, und hier sind so diese letzten Lows, und das könnte für uns nochmal so dieser letzte Hoffnungsindikator sein, dass wir hier unten uns eben nochmal diese Liquidität abfischen, heute im Laufe des Tages, vielleicht morgen Abend auch erst, ihr wisst Wochenende wenig zu tun, dann zu versuchen, diese Stop-Losses, die hier unten sind, und die sich hier eben in dieser Akkumulationsphase, wo wir jetzt bei Binance ja eben gesehen haben, dass überhaupt kein Volumen mehr die letzten Wochen drin ist, dass hier noch eine Menge Stop-Losses eben drin sind, die wir dann gegebenenfalls hier mit einem Lower-Low nochmal fischen, und dann zumindest nochmal eben dieses kleine Retracement nach oben Richtung 29 oder 29.600 US-Dollar erreichen. Das ist erstmal der Plan, momentan einfach No-Trade-Zone, ich würde hier momentan in keine Trades mehr reingehen, lassen wir einfach die Finger von, warten wir das Wochenende erst einmal ab. Gut, dann gehen wir rüber zu Ethereum. Ethereum, muss ich sagen, bin ich immer noch froh, dass wir nur noch hier Gewinne laufen lassen. Ich weiß, wir haben schon mal die erste Tranche hier hinterlegt. Ich werde noch keine weiteren Nachkaufzonen erst einmal bekannt geben. Für mich die größte Zone, die momentan sollte Bitcoin Richtung 24.000, 25.000 US-Dollar gehen, liegt hier unten bei den 1.600, also da unten könnten wir nochmal fett nachkaufen. Und ansonsten sind wir auch hier jetzt erst einmal so in der Zone, wo ich sagen würde, okay, wir haben jetzt hier nicht wirklich viel zum Traden. Wir gehen auch mal hier ganz kurz auf den Daily-Timeframe, wie sieht es denn da aus? Auch hier die Daily-Candle absolut ugly. Man muss dazu aber sagen, die Lows hier unten haben wir mit Schlusskurs noch nicht rausgenommen. Wir checken es gerade nochmal ganz kurz mit dem Binance-Timeframe. Auch hier die Lows haben uns hier noch gehalten. Also wir haben noch kein Lower-Low bei Ethereum gesehen. Kann aber natürlich noch kommen, dass wir hier gegebenenfalls nochmal in dieser kleinen Daily-Supply-Zone hier in diesem Bereich so ein Retracement sehen. Dann hätten wir auch hier so ein kleines Head-and-Shoulder-Chart-Pattern auf Daily-Sicht. Das checken wir jetzt nochmal ganz kurz auf den 4-Stunden-Timeframe gegen. Schauen uns das ganz kurz mal an, auch mit dem FIP. Ziehen also das FIP von unserem High zu unserem Low. Da würde das schon sehr, sehr gut passen. Eben mit dieser Daily-Supply-Zone sollten wir dann heute so schließen, dass wir morgen nochmal einen Retest in die Region 1940 bis ungefähr 1980 US-Dollar bekommen in dieser Zone und dann den Abverkauf weiterhin fortsetzen erst einmal. Also auch hier die nächste Zone, die dann interessant wird, sind wie gesagt einerseits hier unten diese 1600 oder sogar die 1500 US-Dollar-Region. Wir sehen das hier unten. Wir können das ganz kurz mal auf dem Weekly-Timeframe auch angucken. Haben wir hier auch gegebenenfalls so ein riesiges Void beziehungsweise so eine kleine Ineffizienz. Ja, haben wir die jetzt meines Erachtens nach aber hier unten nicht so wirklich dramatisch ist. Bei Bitcoin sieht es deutlich impulsiver aus, deswegen müssen wir nicht mehr unbedingt in diesem Bereich runtergehen. So, dann wie gesagt, 4 Stunden-Timeframe warten wir jetzt erst einmal ab. Kriegen wir hier etwas Support rein. Dann in Richtung 1940 bis 1980. Also das ist so ein bisschen, denke ich mal, die Range fürs Wochenende. Lower Low haben wir noch keins. Also gilt es auch hier jetzt erst einmal ein bisschen abzuwarten. Und dann gegebenenfalls vielleicht morgen, vielleicht auch erst übermorgen mit neuen Positionen zu rechnen. Gut, dann würde ich sagen, war es das erstmal wieder für das Update. Wie gesagt, also Gold können wir nochmal ganz kurz rüber blicken. Hier sind wir wie gesagt wieder rausgegangen, nachdem hier der Tech-Profit um 2 Dollar eben nicht erreicht wurde. Schade, schade gestern. Aber gut, was will man im Endeffekt machen. Deswegen dann auf Stop-Loss-Entry raus. Ich warte hier gegebenenfalls nochmal auf neue Setups. Momentan halten diese Lows noch. Aber was mich hier halt ein bisschen stört, ist einfach, dass wir keine höheren Hochs bilden. Das heißt, die Struktur an sich ist ziemlich bearish und ist die Möglichkeit, dass wir eben hier runterkommen. Das war auch so ein bisschen der Stop-Loss. Den machen wir mal ganz kurz weg. Dass wir hier runterkommen in dem Bereich 1900 bis 1920 ist deutlich, deutlich wahrscheinlicher. Dann ziehen wir uns nochmal ganz kurz auch hier das Fib-Level, damit ihr auch noch seht, auf was ich hier im Endeffekt für Level erstmal scharf bin. Seht ihr auch, okay, Golden Pocket 1900, 05er 1928. Also das ist so die nächste Range, die für mich dann für potenzielle Longs erst einmal spricht. Gut, dann rüber zu den News. Bitcoin und Ethereum, die Bank von Russland, plant Nutzung für grenzüberschreibende Geschäfte. Sehr, sehr gut. Vor allem Russland und die ganzen BRIC-Staaten sind da, glaube ich, ein bisschen weiter als die ganzen Europäer. Und Bermuda-Lizenz für Coinbase-Rückzug aus den USA. Klingt irgendwie scammy. Aber gut, Hauptsache, ich denke, viele, viele Unternehmen werden jetzt erstmal ihre Kryptogeschäfte aus den USA abziehen, weil es einfach nicht kryptofreundlich ist. Schauen wir mal, wie sich das alles so weiter rausgibt. Wird auf jeden Fall weiterhin interessant bleiben. Und ich würde sagen, gerne dem Video nochmal ein Like da lassen. Abonniert den Kanal. Kommentar unten mit euren Altkommelschen auch gerne reinschreiben, wenn ihr Bock drauf habt. Und dann war es das von meiner Seite. Ich wünsche euch einen schönen Samstagmorgen. Einen schönen, entspannten Tag. Soll das Wetter ja ganz gut werden, denke ich mal. Und dann war es das von mir. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto. Bis zum nächsten Mal.